Hallo meine Freunde, willkommen zu meinem Video meine Freunde von meinem Box! Willkommen zu meinem Video meine Freunde von meinem Box! Zum heutigen Thema man! Sushido und Flissi sind wieder vor Gericht man! Wo Sushido versuchst du wieder Flissi anzuhauen oder was man! Und überleg dir mal andere Hobbys, wie wieder WoW auf Level 9000 oder irgendwas man! Anstatt deine Freunde die ganze Zeit zu verpfeifen! Sushido he? Was ist los mit dir Junge? Ich hab's dir schon mal gesagt, dass du aufhörst, sonst deine Leute zu zicken! Aber irgendwie ist er in deinem Blut nur Zickerblut scheinbar! Oder was ist los mit dir die ganze Zeit? Ja, der Flissi-Mann, der dies und das gemacht hat, weil du mit Abou-Chaka-Zong warst, bist du drauf, Mann! Abou-Chaka ist aber sowas wie dein Vater, Junge! Also schiebe keine Welle wie Tsunamis! Und lass doch mal den Flissi-Boy in Ruhe, der hat auch alles für dich getan, du Unterdrücker, Sushido! Gott, stellst du zum nächsten Thema, Mann! 69 schlägt sich mit Hater! Und wird kurz festgenommen und dann wieder freigelassen! 69i, du Barbie! Was ist los mit dir, hä? Erst schreit mit Hatern, dann mit irgendwelchen Leuten als Knast-Bachstin 31er! Und jetzt haust du dich mit Hatern? Das ist doch klar, dass du Hater hast, Mann! Das ist so eine Scheiße, Mann! Lass das Rap einfach sein, kauf dir eine Insel, lass dir eh noch Kohle und verpiss dich wieder! Und beende deine Rap-Karriere 69i! Okay, meine Freunde, das war's mit dem Video für nur zum Pass! Abonnieren und Leute, nicht vergessen meine Freunde und schau mal! Neues mal! Die